Willkommen Freunde zu einem neuen Video, heute schauen wir uns mal Skyrim VR an und zwar für die Playstation, das ist ja am Freitag glaube ich rausgekommen und ihr wisst ich liebe VR, ich finde die Playstation VR geil, ich habe auch die Oculus hier, ich habe Resident Evil 7 da mitgespielt und alle möglichen Spiele gerne mal bei mir auf dem Kanal vorbeigucken, wenn euch das interessiert und ich würde jetzt sagen, zum ersten Mal für mich spiele ich hier Skyrim in VR, habe ich natürlich früher auch hunderte Stunden gespielt, ein tolles Spiel, vor allem durch die ganze Community dahinter, beziehungsweise die Mods, die es dafür gibt und ja, ich bin wirklich sehr gespannt in eine für mich sehr vertraute Welt einzutauchen, in eine, ja in einer ganz anderen Art und Weise, insofern, ich würde mich jetzt hier mal präparieren, alles aufziehen und dann geht es schon los. Bethesda Game Studios Präsentieren Was präsentieren sie denn? Oh, das ist schon geil, Vielders Squalls 5 Skyrim Oh, das ist so nice, ey, man sitzt wirklich hier auf diesem Karren Ach, wir sind ja noch zwei Boah, ich habe den Anfang früher so oft gespielt Ich habe das so oft gespielt Hey, ihr da, endlich seid ihr wach Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Ja Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten, genau wie wir Und wie dieser Dieb da drüben Verdammt sollt ihr Sturmmäntel sein In Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfeld Ihr da Ihr und ich Äh, tut mir leid Wir sollten nicht hier sein Es sind diese Sturmmäntel, hinter denen das Kaiserreich her ist Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln, die Ruhe da hinten Und was stimmt mit dem nicht, hm? Passt auf, was ihr sagt Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig Ulfric? Ulfric? Der Jachl von Windhelden? Ihr seid der Anführer der Rebellion Aber wenn sie ihn gefangen haben Bei den Göttern, wohin bringen sie uns? Boah, das ist echt nice Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden Aber Sofengarde erwartet uns Nein, das kann nicht wahr sein Das kann einfach nicht wahr sein Gut, den Körper haben wir leider nicht Aber wirklich, die Grafik ist natürlich das Oberflösen Darauf stammt ihr, Pferdedieb Aber es ist so geil, nicht mehr einzutauchen Also wirklich neu einzutauchen Weil die letzten Gedanken eines Nordts einem Zuhause gelten sollten Hallo Oh, ist das? Ich komme... Ich komme aus... Oh, ist das? General Tullius, der Scharfrichter wartet Oh, oh Gut, bringen wir es hinter uns So Macher Libella Künaret Akatos Ihr Göttchen Bitte helft mir Seht nur General Tullius, der Militärbefehlshaber Und es sieht so aus, als seien die Talmor bei ihm Verdammte Häfen Ich wette, sie hatten dabei ihre Hand im Spiel Das ist Helgen Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwemmt Obwohl Veloth immer noch seinen Wacholderbeeren mitbraut Komisch Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt Boah, das ist so toll, einfach mal komplett in so eine riesige Welt in VR einzutauchen Es gibt da halt noch nicht viele AAA-Titel Resident Evil 7 ist halt ein gutes Beispiel Mega viel Spaß Was glaubt ihr denn? Meiner Meinung nach das Beste im VR-Spiel Ähm, aber Skyrim, man kann einfach 100 zu Stuhl im VR jetzt hier ausprobieren Also ob es zu nutzen wird und so da testen wir ja jetzt Wir sollten den Himmel nicht schwappen lassen Sonst habt ihr sich da schon steuern, ne? Wollen wir auch noch ein bisschen Wow Stellt euch euren Tod mit etwas Mut Dieb Ihr müsst es ihnen sagen Wir gehören nicht zu euch Das ist ein Irrtum Einer nach dem anderen Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen Ulfric Sturmantel, Jarl von Wintel Es war eine Ehre, Jarl Ulfric Ralloff von Flusswald Lobt ihr von Rorikstad Nein, ich bin kein Repell Das könnt ihr nicht tun Halt Ihr werdet mich nicht rumschätzen Will sonst noch jemand fliehen? Äh, äh, nein Wartet, ihr da Tretet vor Ja, okay Wenn ich wüsste wie Okay Wer seid ihr? Meine Mutter Meine Mutter Ähm, die Bürger von Himmelsrand Sind große Blinden Achso, ja Oh Gott Wir könnten natürlich jetzt Stundenlang hier im Editor Äh So, wie kann Ich habe keine Ahnung Wie man das hier alles jetzt steuert und so Ich würde sagen Ich könnte es Ich kann natürlich auch mal kurz Ähm Wo ist der jetzt? Oh, mein Controller So, kann man auch die mit? Ja Ja Ja, wir können mal ganz kurz gucken Kajit Kaiserlicher Hochelf Dunkelelf Ich würde sagen Wir werden ein Nordmann, oder? Ja Bleiben wir einfach Mann Oder werden wir ein Org? Kann ich mich halt die so mit auseinander Ähm, mit identifizieren? Weil ich selber nicht ganz aussehe wie ein Org Manche würden das vielleicht sagen Aber gut Waldelb Ne Tatsache bleib ich bei Nord Ist wahrscheinlich das langweiligste Was man so wählen kann Aber Ja Ne Ähm Achso da Ach das ist so krass Guck mal man Ich sehe das halt hier wirklich komplett in 3D so Beziehungsweise in 4D oder Ähm Ja Ihr wisst was ich meine Geschlecht Weiblich Wo kann auch eine Frau spielen? Naja wie gesagt Also ihr kennt das ja wahrscheinlich Ähm Ich will das jetzt gar nicht So lange In die Länge ziehen Gefangener Ähm Boah Was wir denn Ähm Alles auch cool gemacht ey Nice 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 Hey Ach guck mal hier Hey Z Perfekt Fertig Ihr habt euch eine schlechte Zeit ausgesucht um nach Himmelsrand heimzukehren Stammesgenosse Hauptmann was sollen wir tun? Sie steht nicht auf der Liste Vergesst die Liste Sie geht zum Block Ähm Alles klar Wie ihr befehlt Hauptmann Es tut mir leid Wenigstens starbte hier In eurem Heimatland Ja wunderschön Folgt dem Hauptmann Gefangener Ja Wenn ich jetzt wüsste wie Ähm Vor allem fehlt mir immer noch ein Controller Ulfric Sturmantel Ulfric Sturmantel Manche hier in Helgen nennen euch einen Helden Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen Mh 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 Ihr habt diesen Krieg angefangen Himmelsrand ins Chaos gestürzt Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wieder herstellen Was war das? Es ist nichts Weitermachen Ja General Tullius Gebt ihnen ihre Sterbesakramente Möge der Segen der acht Göttlichen auf euch ruhen, während wir eure Seelen Ätherius übergeben Um Talos Willen schweigt und bringen wir die Sache hinter uns Wie ihr wünscht Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit Meine Ahnen lächeln auf mich herab, Kaiserliche Könnt ihr das auch sagen? Wie Kaiserlichen Dreckskerle Gerechtigkeit Tod den Sturmmänteln Im Tode so furchtlos wie er im Leben war Zerlumter Nord, ihr seid dran Ähm, ja ich kann aber... ne, ich kann grad nicht Da ist es wieder, habt ihr das gehört? Ich habe gesagt, nächster Gefangener Ja, aber ich komm mit der Steuerung nicht zurecht Ich hab auch nur einen Controller gerade Schön weitergehen Na, scheiße Oh! Ih! Nein! Bah! Ey! Was hat denn der für'n Fetig, ey, mit seiner Maske? Was beim Reich des Vergessens ist das denn? Wow! Alter! Alter, sieht das grad... krass aus Den Göttern! Ein Drache! Eieieiei! Wie ist das möglich? Wow, wow, wow! Das wäre ein Dragon Ball Ich muss mal ganz kurz schneiden, denn ich habe die Move-Controller jetzt wieder abgestöpselt Ähm, ich habe da sehr viel mit rumprobiert, funktioniert aber gerade irgendwie nicht so, wie ich das möchte Ich werde das nochmal in Ruhe später probieren, geht aber erstmal mit dem normalen Doom-Shock-Controller Außerdem sind die nämlich mittlerweile leer Und ich habe das jetzt alles nochmal ein bisschen umgestellt, die VR-Einstellung Ähm, dass man sich wirklich frei bewegen kann, man kann sich mit freier Bewegung und Telefonation wählen Und, ähm, dass man sich quasi, äh, in bestimmten, äh, in einer, äh, Gradzahl dann, äh, dreht, ja? Oder halt, dass man sich komplett frei dreht Und, ähm, meiner Meinung nach ist das ja am besten, bzw. spielt sich gerade so am besten, wie das mit, äh, motion sickness aussieht Keine Ahnung Zurück! Wow! Alter! Seht ihr das Gasthaus auf der anderen Seite? Springt durch das Dach und läuft immer weiter! Los! Ja! Ja! Da! Wow, Alter! Das ist schon krass! Immer weiter laufen! Hallo! 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 Das macht ihr sehr gut! Danke, danke! Wow! 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 Ja! Immer noch am Leben? Bleibt nah bei mir, wenn ihr wollt, dass das so bleibt! Gunnar, kümmert euch um den Junk! Ich muss General Tullius suchen und mich der Verteidigung anschließen! Die Götter mögen euch nein! Also mit dem Controller jetzt geht das nicht sehr, sehr gut! Das muss ich wirklich nochmal irgendwo ausprobieren! Weil eigentlich zum Bugenschießen zum Beispiel... Wow! Wow! Sünder kriegt die Dutung, ähm... Die Dutung ist immer sehr geil! Boah! Oh! Kannst du den Bug haben? Also das Grote? Ja! Was? 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 Ja! 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 Ich hätt auch keinen Feuerbälle. Ich will auch daubern können! Wo ist Harry Potter, wenn man ihn braucht? Ich will auch nach Ruhe fuhren. Wow! 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 Boah, was war das denn jetzt gerade? Ich hing gerade irgendwie in der Mauer auf jetzt. Ja, ich komm her, ich komm her! Boah, das ist so krass! Alter! Boah, wenn er erst mal so gelandet ist. Diese, wirklich, man kann einfach die größte Spiel erfassen. Irgendwann ist es gigantisch dann, dieses Monster. Hallo! Hallo! Wow! Alter, boah! Ich überleg euch mal, man könnte auf den Drachen reiten in Skyrim. Kann man das? Man kann das irgendwo? Nee, ne? Selbst in dem einen, die jetzt hier ging das ja nicht. Boah! Das wäre so geil, den VR auf den Drachen reiten! Ich hätte auch gerne meine Waffen. Könnt ihr mal bitte meine Hände entfesseln? Boah! Diesmal haltet ihr uns nicht auf! Schön! Der Drachen bringt euch alle hin! Alter! Alter, guck mal! Los, in die Festung! Boah! Boah! Alter! Das ist ja mal geil! Das müsste man mit dem Move-Controller dann mal wieder ausprobieren, ne? Boah! Das ist geil! Das ist ein Blockblock! So blockt man dann und so kann ich dann halt steuern! Geil! Oh! Oh! Sorry! Tut mir leid! Hat war! Oh! 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 So soll's sein! Wow! Oh! Lass mich mal sehen, ob ich diese Tür aufbekomme. Oh. Ich hab mich gerade ausgezogen. Tut mir leid. Tut mir leid. Kommt. Hier entlang. Ja, ne Frostspel. Ihhh. Alter. Bah. Ihhh. Wo ist mein Kollege? Hallo? Kollege? Ihhh. Bah. Boah. Boah. Ist das widerlich. Ah. Boah. Ist das fett, ey. Ah. Ah. Alter. Boah. Ihhh. Es kribbeln und krabbeln hier überall. Boah. Bäh. Ihhh. Alter. Boah. Das ist so widerlich in VR mit den Spinnen. Und dann auch noch so riesige Spinnen. Ich hasse ja Spinnen. schon diese kleinen schwarzen, die überall herumkrabbeln. Boah. 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 Was ist das denn? Boah. Ein Bär. Alter. Ein riesiger Bär. Ich dachte gerade, das ist aber keine Spinnen, oder? Guck mal. Der hat ja auch ordentlich gespeist. Gefrühstückt. Oh, sorry. Wer auch immer das war. Oder Überreste. Das ist geil mit dieser Höhle und die Geräusche, die Geräuschkulisse, Sonnkulisse. Und da kommen wir jetzt gleich raus. Na, Himmelsrand. Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Boah. Wir sind raus in den Himmelsrand. Ähm. Da hinten ist immer noch der Drache. Oh, guck mal hier. Er kam mit meinem Schwert eben. Es sieht aus, als wäre er diesmal endgültig fort. Sehr gut. Aber wir sollten lieber nicht abwarten, ob er zurückkommt. Am nächsten liegt Flusswald. Mein Onkel ist der Schmied dort. Er wird euch sicher helfen. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Viel Glück. Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht geschafft. Ja, Leute. Also, erstes kurzes Fazit. Ich mache natürlich ein Let's Play von 300 Folgen oder sonst sowas zu. Nein, ich glaube eher nicht. Aber nein, es macht wirklich mega viel Spaß. Gerade Leute, die es gar nicht gespielt haben, die sollten das auf jeden Fall noch ausprobieren. Und die Leute, die es gar nicht durchgespielt haben oder noch gar nicht gespielt haben. Die sollten sich das auch mal eindrucken. Du brauchst halt den Playstation VR dafür, sonst nicht viel mehr. Und das funktioniert eigentlich immer sehr, sehr gut mit der. Außer wenn man aufnehmen möchte, dann muss man auch mal ein bisschen mehr machen. Beziehungsweise braucht man ein paar Kabel mehr. Und ja, die Auflösung ist halt, wie gesagt, nicht ganz so geil. Aber erstmal ist das Spiel natürlich auch schon was älter und durch VR. Ja, da muss man natürlich ein paar kleine Grafikdefizite dann hinnehmen. Aber das ist es auf jeden Fall wert. Man kann halt ewig lang dann jetzt hier durch die Welt laufen, alles Mögliche machen. Und es steuert sich toll. Also man kann es wirklich so spielen. Und Motion Sickness mäßig gar keine Probleme, wirklich. Ich hatte bei Resident Evil das ja auch so eingestellt, dass ich mich quasi frei drehen kann. Also ohne in bestimmten Winkel oder so. Und da ist mir dann schlecht geworden. Deswegen habe ich dann immer wieder diese 90 Grad Drehung oder so eingestellt. Und hier geht es aber. Also mir ist es jetzt nicht einmal schlecht geworden oder irgendwie ansatzweise. Ja, ist ja gut. Kriegen wir mal weiter. Und ich finde es wirklich super toll. Also Skyrim ist ja jetzt auch für die Switch rausgekommen. Soll auch sehr gut sein. Eine tolle Umsetzung. Und jetzt hat Possesta nochmal einen draufgesetzt mit Skyrim im VR. Ja, haut mal gerne mal. Kommt da, ob ihr das auch schon gespielt habt in VR. Wenn nicht, auf jeden Fall mal ausprobieren. Wenn ihr natürlich die Playstation VR euer eigenen nennt. Oder fragt mal eure Eltern. Oder kauft euch einfach zu Weihnachten. Oder lasst euch zu Weihnachten einfach eine Playstation VR schenken. Lohnt sich auf jeden Fall. Weil die Immersion, die ist unglaublich gut, unglaublich stark. Und ihr lebt halt Himmelsrand nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. Und ich habe ja noch gar nicht alles hier ausprobiert. Ich denke, mit den Move-Controllern ist das Ganze noch ein bisschen immersiver. Und wenn man dann auch zwei Waffen hat oder einen Bogen oder eine Waffe und ein Schild. Dann kann man das echt gut machen. Dass man dann blockt und schlägt und so. Und das ist sehr intuitiv da. Das kann ich mir gut vorstellen. Werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal angucken. Und ja, ihr könntet ihr gerne auch einen Daumen da runterlassen für dieses Video. Wenn euch das Ganze gefallen hat. Und dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Part. Mal gucken, ob ich da mal einen aufnehme. Hallo. Oh ja, ich habe... Alter, ich habe die Waffe weggeguckt. So. Ja, ich werde noch ein bisschen VR-mäßig virtuell durch Himmelsrand streifen. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag. Bis dahin. Tschööö. Boah, ich bin da widerlich. Guck mal. Wir sind in dem Dorf. So, wenn man kurz durchgehen, Leute. Sollen wir mal ganz kurz? Ich werde das mal weg. Guck mal. Flusswald. Das erste Dorf, das man in dem Himmelsrand entdeckt. Das sieht zu geil aus, ne? Man könnte sich jetzt einfach hier stundenlang auf die Brücke setzen. Hallo. Also, Oblivion Skyrim, das waren schon oder sind echt tolle Spiele. So ein riesiges Spiel in VR. Ich bin wirklich, ich bin echt baff. Ich bin wirklich, wirklich baff. Das ist ein riesiges Spiel. Ich bin wirklich, ich bin wirklich baff. Ich bin wirklich baff. Ich bin ja. Ich bin wirklich baff.